Unser Maybach ist da, unser Porsche ist da. Oh, unsere Autos sind auch da? Das ist seiner, das ist seiner. Was geht denn? Willkommen zu einem neuen Video. Es wird wieder Zeit, Tinder zu sehen. Meine Brees, du bist Ilan. Ich hab gehört, aber G-Goy ist nicht heute am Stand, aber egal. Ilan, wo bist du, Ilan? Boah, Ilan! Ilan, was ist passiert mit dir? Boah, Ilan! Bruder, was ist passiert? Bist du reich geworden? Man hat Dings gemacht, mein Bruder. Bitcoin und so. Boah, Bruder, sei die Gigant. Sei die Gigant, mein Bruder. Boah, Bruder, ich küsse deinen Ernst. Ich küsse deinen Ernst. Aber lass ich kurz mal einschecken. Du siehst auch krass aus, Bruder. Dankeschön, mein Bruder. Heute wird es sehr krass. Heute machen wir das krasseste Video. Ich glaube es auch, Bruder. Du siehst auch elegant aus, passend zum Auto. Wie war erstmal aus für Check von Ilan? Boah, Bruder. Okay, bist du bereit, Bruder? Es wird Zeit. Es wird Zeit. Ich hoffe, du kriegst geile Bewertungen. Ich hoffe auch. Und ja, wir schauen mal weiter. Schau dann. Sit, go! Okay, let's go. Anna, 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 Anna. Sit, go! Sag mal Sit, go! Sit! Ja, sag du auch, mein Bruder. Sit, go! Wie heißt du? Lois! Gana! Boah, Gana ist fresh. Anna, 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 Anna. Sit, go! Sag mal Sit, go! Sit, go! Sit, go! Ja! Du auch, mein Bruder. Sus, go! Wie heißt du? Katrin. Du? Mary. Was für Landfrau seid ihr? Deutsch. Du? Komm her aus Moldawien. Okay, Outfit Check von Ilan? Danach ein bisschen bewerten, danach wird der bewertet, okay? Okay. Outfit Check von Ilan? Was würdest du sagen? Anständig. Anständig? Ja, bisschen anständig. Elegant, schwarz. Ja, elegant. Und Schuhe? Schuhe sind gut aus, ich meine, das ist Nike. Okay. Aber habt ihr gut kombiniert alles? Ja, schwarz, schwarz. Fast eigentlich voll gut. Ja. Okay. Es sieht auch sehr gepflegt aus. Sein Bart, right? Ja. Ist auf jeden Fall witzig. Magst du Männer mit Bart oder? Es gibt ja Frauen, die mag Bart, mit Ziegenbart oder ohne Bart. Ist eigentlich egal. Ist egal? Ja. Okay. Hauptsache, er sieht gut aus, gepflegt. Was würdest du sagen, 1 bis 10 mit aussehen? Was würdest du sagen? Oh mein Gott. 1 bis 10? Acht? Stark. Jetzt bist du dran. Erstmal Outfit Check von Ilan. Was sagst du, bisschen Outfit eingehen? Schuhe ist gut kombiniert mit Jeans. Helle Jeans passt perfekt. Die Jacke passt auch dazu. Okay. Oberteil passt auch. Hat sie auch gut kombiniert, ne? Ja, hat sie gut kombiniert. Fresh, fresh. Jetzt nein. Ja, auf jeden Fall. Und mit Aussehen, Bewertung, gebe ich hier eine sehr gute 8,9. 8,9? Oh, sache ich. Was sagst du? Check, 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 check. Geil. Liked schon mal das Video, kommentiert, abonniert mich, schaut einfach weiter. Sind, Prost. Also Sneakers sind, muss ich eine Note geben oder was gebe ich? Nein, bisschen erstmal dazu was sagen, danach gibt's dann komplett Note. Okay. Sneakers sind fein, passt. Okay. Sneakers, wie Sneakers. Ja, Sneakers oder Sneakers. Wie Sneakers? Schmeckt dir Sneakers? Ne. Ich hab ne Nussallergie. Wie Sneakers? Schuhe, äh, die Hose ist gut. Hemd ist auch gut. Stehen unten nicht auf Leinen. Aber sonst. Hat dir das gut kombiniert, all black? Ja, ja. Außer seinen Schuhen. Ist super. Das ist fein. Fein, wie? Fein. Fein, fein. Fein, fein. Fein, fein. Okay. Was heißt? Soll das jetzt eine Note werden oder was? Jetzt musst du mit Aussehen zusammen eine komplett Note geben. Von 1 bis 10. Genau, 1 bis 10. 6 plus. 6 plus. Okay. Jetzt bist du dran. Bist du auch was dazu sagen? So. Mein Outfit gefällt mir. Okay. Außerdem so Schuhe. Wenn so. Wenn so. Wie meine. Dann wäre besser. So. Ganz total. Warte. Oh. Check, 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 check. Check, check, check. Check, check, check. Einfach wenn total weiß wäre, dann wäre bicobello. Aber ich wollte mal so ein bisschen an Graub. Aber so allgemein einfach. So von 10 muss ich, oder? 1 bis 10. Mit Outfit. Sein Helm ist offen. Also 1 schlecht, 10 gut. Genau. 10 ist besser. 9 wegen Outfit. Aber Schuhe nächstes Mal weiß. Wie bei mir. Okay, Ladies. Jetzt seid ihr dran. Wir fangen direkt bei dir an. Mein Bro. Sag mal ein bisschen was zu ihr Outfit. Auf jeden Fall Outfit. Kann nicht schlecht machen. Sieht gut aus. Schiefel passt zu klein. Die Strumpfhose. Ich war mein Bruder. Ich war mein Bruder. Auf jeden Fall. Was soll ich sagen? 1 bis 10 mit Aussehen zusammen. Von 1 bis 10. Genau. Also 1 schlecht, 10 gut. Ja nochmal. Ich gebe ihr eine sehr gute 7,5. 7,5. Okay. Du kannst auch fragen. Warum Bruder? Weil sie sieht aus wie meine Tante Bruder. Oh. Das ist eine heiße Milf, oder? Das ist du für die Tante. Ja. Anna Südru. Okay. Anna, Anna, Anna. Südru. Anna, Anna, Mary. Mary. Okay, Outfit. Check von dir. Okay, Bruder. Sag ein bisschen was dazu. Erstmal Outfit eingehen. Schuhe sind schön. Hier die Oberteile. Diese finde ich auch sehr schön. Die Tasche passt auch. Auf jeden Fall. Ihre Haare passen auch. Ist halt gut und so. Ich gebe hier eine sehr... Also mit Aussehen gebe ich hier eine sehr gute... 9,9. Okay, 9,9. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Okay, gut eingehen. Ja, ich mache so 7 von 10. Ja, ich finde es ein bisschen langweilig. Wieso langweilig? Ja, weil es nur schwarz ist. Ich habe auch nur schwarz, aber keine Ahnung. Okay. Aber so elegant mit dieser Uhr. Ja, aber ich fände besser so weißes Hemd oder so. Weißes Hemd dazu? Nee. Passt nicht drauf. Passt nicht drauf, sag ich. Ja, aber gar nicht schwarz. Bisschen langweilig. Ja, aber weiß auch. Schwarz ist monoton. Ja, Geschmackssache doch. Geschmackssache. Aber so mit Aussehen, Outfit zusammen, welche Bewertung? 7 von 10. 7 von 10. Okay, jetzt bist du da. Ich bin schon 8 von 10. Okay, warum? Das einzige Problem ist, dass es halt zur Zeit viele tragen, weil sie wissen, dass es gut aussieht. Ja, halt schwarzes Hemd. Kann ich scheiße aussehen? Nein. Nein, gar nicht das Problem. Es sieht bombe aus so. Aber es ist halt ein bisschen ausgelutscht, wisst ihr? Also schwarz ist ausgelutscht. Ja, genau. Es trägt halt, also es trägt zur Zeit jeder schwarz. Ja, deswegen war ich das Hemd. Egal, was so scheiße ich anziehe, alles ist ausgelutscht. Zumal sich Pigador an und sagen die Leute, ey, die mag ich es auch ausgelutscht. Ja, aber. Pegador ist doch scheiße. Feiert ihr nicht Pigador? Nein, ich feier Pigador. Wieso haten vor einem Pigador? Das ist geil. Einfach langweilig, Slash. Digga, du bist komisch. Ja. Ich feier Pigador, Slash. Findest du cool? Du, Slash? Nein. Okay, Ladies, jetzt mal steht dran. Erstmal Outfit Check Funding. Okay, Ilan, ein bisschen Outfit eingehen. Sieht gut aus, aber Punkt abzu. Wieso? Wegen Schuhe. Oh, wieso, was ist mit dir die Schuhe? Ja, ist aber bequem. Da hast du wahrscheinlich recht. Gib ich dir auch recht zu, aber. Ja, hohe Schuhe wäre geil. Ja, ja. Aber eine, sieht gut aus, hat gut kombiniert. Außer Schuhe natürlich. Okay. Aber ich gebe ihr eine sehr gute 8,9. 8,9? Stark. Jetzt bist du dran. Outfit Check Funding. Jetzt schon mal wieder gut kombiniert mit den Schuhen. Das passt. Okay, ja klar. Genau, da kann man nichts falsch machen. Schwarz-Weiß, Danks. Ewa. Ewa, oder? Und, ja, Oberteil sieht auch gut aus. Okay. Meierst du pink? Pink. Ja. Ich gebe ihr auch eine sehr gute 9. Mit Aussehen zusammen. Ja. Oh, stark. Okay, die letzte Frage ist, smash or pass? Wird ihr passen oder smashen? Deine Tante, ich mache da nichts smashiges. Aber mein Kaffee trinken? Okay. Kaffee trinken mit Tante auf jeden Fall. Okay. Pass auf, pass auf, pass auf. Du kannst auf meine Kinder aufpassen und nicht fallen gehen. Okay. Passt? Ich pass auf Kinder. Abgemacht. Pass. Pass. Pass? Du? Alles nicht. Deswegen, ich bin Türkin, deswegen schon smash. Smash ist ja nur eine Meinung. Ja, okay. Was sagst du Elan bei ihr? Machen wir auch gegenseitig. Ich habe es noch nie gemacht. Aber machen wir heute mal. Okay. Auf jeden Fall smash. Okay, sie smash. Und sie? Auch smash. Okay. Unser Malbach ist da. Unser Porsche ist da. Oh, unsere Autos sind auch da. Film mal. Dir nicht. Das ist sein Auto. Okay, wenn wir das Video veröffentlicht. Ja. Glaubst du jetzt? Smash. Ja, was sagst du meinem Bruder? Smash, smash, smash. Smash, smash, smash. Willst du noch mal sagen, jemanden grüßlos? Oh, meine SLA. Hi. Schöne Grüße. Schöne Grüße an meine Girls. Sandra und Alma. Yes. You know. Und an meine Familie. Und an meine Haters. You know. Und an alle Familie aus Ghana. Ja, an alle Familie aus Ghana. Ja, an alle Familie aus Ghana. Hey, und folgt mich auf ähm. Anna, 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 Anna. Hey. Du weißt Bescheid, mein Bruder. Folgt mich auf Snapchat. Vibes with Lois. W-I-B-I. B-I-B-E-Z. Ja, aber. W-I-T-H-L-O-I-S. Willst du noch was sagen, mein Bruder? Thank you. Oh, you're welcome. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Liked das Video, kommentiert, abonniert mich. Checkt mein Bruder Ilan ab. Oh. Bruder Ilan heute elegant mit Porsche. Bruder, fährst du mich nach Hause? Du magst. Es war zu krass. Wolltest du noch was sagen, Bruder? Bruder, ich will nur eins sagen. Leute, wir haben 5 Uhr und wir haben gehustelt. Wir sind Macher, Bruder. Wir akkern, Bruder. Ihr wisst Bescheid. Lasst mich wieder. Wir machen weiter. Wir machen weiter. Schaut alle zu. Seid. Checkt mein Brie Paulus. Und was sagen wir zum Schluss? Was sagen wir? Anna 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 OOOala!!